Hallo Leute kleine Runde Sinbad an meinem TR5. Schauen wir mal ob es so weiter geht wie eben oder wie vorhin im letzten Video haben wir schön gewonnen. Jetzt schauen wir mal ob wir hier nachziehen mit unserem Sinbad. Na was macht er? Ja 30 gewinnt. Na 90 ist doch schön. Ja 30 gewinnt. Oh, Freispiele, sehr schön, jetzt geht es gerade der Tier 5, 46 Linien bezahlt, sehr schön, Raum und Freispiele, sauber, ab gehts Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Zahl auf 60 Linien, gibt auch kein schlechter Gewinn, sehr nice, ja, kann man lassen, Zimba hat 64, 62, das, wir schauen ein bisschen weiter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja sind wir noch mal drin, die schauen wir uns noch an Leute, dann machen wir noch ein anderes Video, jetzt haben wir genug Kohle drauf, ab gehts. Ja deutlich weniger wie bei den anderen Freispielen, macht nichts, viel Spaß Freunde, macht es gut, lasst ein Abo, Like da, bei mir gehts gleich weiter, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.